so und hier kommen wir auch noch mal zu zwei ganz tollen booten zum seabird expedition odin also das boot heißt odin in der expedition ausstattung das ist ein jugendboot hier in gelb zu sehen expedition ausstattung also alles dran was man sich vorstellen kann steueranlage gepäck hinten ein wunderschön bequemer sitz schenkelstützen einstellbare fußrasten kleine luke vorne für klümpeln für schlüssel etc handy und so weiter vorne noch mal riesen gepäck luke hier oben hängt auch noch mal in limette in leim also ein wunderschönes grün ja das ist ein jugendboot 3 meter 67 lang 52 zentimeter breit 160 liter volumen insgesamt also paddler plus gepäck etc paddler gewicht liegt zwischen 20 und 55 kilo das heißt da kann also auch ein kleiner oder relativ kleiner mann oder eine frau drin sitzen also mit wenig gewicht eben bis 55 kilo also eine dame die relativ wenig gewicht hat passt da genauso gut rein also zwei richtig schöne boote hier odin expedition gelb und grün